Demokratie ist kein Zuschauersport. Sie ist nicht selbstverständlich. Sie gehört uns allen und muss von uns allen verteidigt werden. Eine offene Gesellschaft braucht Raum. Ich persönlich habe mir vorgenommen, meinen Raum, wann und wo ich kann, zu erweitern. In der heutigen Gesellschaft vergisst der Mensch das Wichtigste, die Menschlichkeit. Es wird hohe Zeit, dass sich die, die dafür sind, endlich auch einmal zu Wort melden. Wie ihr wisst, finden die besten Partys in der Küche statt. Also lasst uns die Küche nach draußen auf die Straße bringen und essen, trinken, Menschen begegnen, reden und der offenen Gesellschaft eine Stimme geben. Geschlossene Gesellschaften sind doch sehr oft Zusammenrottungen von ziemlich verschlossenen Gesellen. Also wenn du nicht abgehängt sein willst, sondern in Gesellschaft, dann musst du aufmachen. Schnappt euch eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen und Bekannten und sprecht über das, was euch bewegt. Immer alleine ist auch doof. Auf die offene Gesellschaft! Sei das frei! Am 17. Juni. Am 17. Juni. Am 17. Juni. Am 18. Juni. Untertitelung des ZDF, 2020